Hallo und herzlich willkommen, ich bin hier bei TobiTV und wie ihr gerade gesehen habt, weil ich gerade einkaufen, was zeige ich euch später noch und nicht wundern, dass ich schon wieder mit dem Handy filme, weil ich habe im Moment keine Zeit, mich da zwei Stunden oder länger teilweise für ein Video hinzusetzen. Dauert ja auch alles seine Zeit, aber ich hoffe, das ist auch in Ordnung so. Bald werden auch wieder Videos mit meiner Kamera kommen, dem entspricht auch deutlich bessere Qualität. Aber da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Also es sind ein paar Sachen in Planung, aber das dauert halt noch ein bisschen was. Ja, dann würde ich sagen, filme ich euch noch was vom Weg und dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder, wo ich euch zeige, was ich eingekauft habe. Bis gleich, Leute. So, Leute, ich stecke das Handy jetzt erstmal wieder in die Hosentasche und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns gleich. Ja, moin. Boah, ich bin schon mega müde, aber ich muss heute noch ein bisschen was erledigen. Naja, so ist es dann manchmal. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was ich eingekauft habe. Und zwar einmal Haribo Cola. Da habe ich einfach mal Bock drauf. Dann noch Mauern am Kracher in schwarz-rot-gold. Die mag ich einfach, ne. Kann man auch immer mal wieder machen. Warum auch nicht. Dann einmal Mini Brownies. Eine sehr, sehr nice Sache auf jeden Fall. Dann habe ich noch Chips Freshe Oriental. Auch immer übertrieben geil. Hashtag keine Werbung, weil ich werde nicht dafür bezahlt. Ja, moin. Dann habe ich einmal, was irgendwie aus dem Fugen geraten ist. Hier Nudelsnack, Salat, Frikadelle hier to go. Ja, ist es nicht das allerleckerste, aber kann man ab und zu mal machen, ne. Und dann habe ich noch Monster, Energy, Superfuel, Hydro, Sport, keine Ahnung. Die Drinks sind eigentlich auch immer mega, mega lecker. Ja, und ja, das war eigentlich im Grunde genommen der ganze Einkauf. Und Zigaretten. Ne, die habe ich jetzt nicht einkauft. Ja, moin. Jo, wahrscheinlich. Hallo Leute, das war es dann auch vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und übrigens, ihr könnt jetzt auch mittlerweile Mitglied werden. Einfach mal gucken, ne. Wenn ihr meinen Kanal aufruft, da seht ihr das. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV. Oh, Tschüüüü.